ein leises klick die blende wird groß die tiefen schärfe klein das motiv fest im blick gehe ich zwei schritte vor einen halben zurück der ausschnitt perfekt im fokus ein don ein lautes klack ein hebel nach rechts der film spielt nach vorn ich drehe das fokusrad um 30 grad eine blüte erscheint die scheinbar den don verneint ein lautes klack getrennt auf film und doch ein bild das schmerz und schönheit vereint ich glaube auch ja ich glaube auch ja ja ja